ARD Text im Auftrag von Funk Wo ist die Diva? Hinter uns ist die Tracer Tracer tot Tracer tot Ja tolle Wolle, unser Reaper hat ihn gekickt auf den Tank Hat er eben schon gemacht die ganze Zeit Ja Passt Deswegen meinte ich ja, wir müssen gucken, wenn wir den Damage ausgucken Ja, Reaper wäre eh Alle brauchen den Betten haben wir Geht doch Ja, ist los Gleich mal die Diva, ne? Ich höre ne Tracer Ich höre ne Tracer Ich fokuse auf Tracer Tracer ist rein Nein, die ist hinter euch Guck mal erzähl dich mal die Diva kurz dagegen Ich seh sie Ich werd zerpflückt, Mann Hast du ein Reaper hinter dir? Ok Jetzt seh ich sie Hier we go Das war doch richtig dumm, was ich hier mache Wir haben keinen Damage, den wir gut an In den Down Einfach rechts oben sind der Road over the 3 Dann hast du den hoch Ja, die haben mich grad zerlegt Euren Tank Mich auch Das ist auch dumm, dass ich da rein gechargt bin Wir brauchen einen Punkt, erhilfe auf den Punkt Ich komm, ich komm, ich komm Ich komm nicht hin Ich bin down Halt es mal kurz, halt auf den Punkt Halt es mal kurz, halt auf den Punkt Ich bin da Ich bin drauf Ich bin drauf Kloppsi oder Charter Ach man, weh Gleich, gleich Du bist pur, ey Nimm die gar nichts Da konnte ich nichts mehr machen, ne Komm zurück So, rechts um die Ecke steht da der Rotor Wartet auf mich Jetzt 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 Vorsicht, rechts um die Ecke steht der Rotor Der Projekt ist oben Da oben Da oben So, raus So, raus Das war unsere Ulti Oh fuck Nein Nein Was Schild Nee, das Schild war nicht Das Schild war kacke Ich hatte das Schild außerdem ein Stückchen zu weit Und dann konnte sie uns nicht mehr Ja Wir sind wieder WD Aber ich glaube auch wir machen Wir machen geworben Damage Jetzt Will jemand jetzt umpippen? Der ist noch auf den Punkt Ist noch zwei auf den Punkt Ja Ja, die Sieger oder was Ja Aber die Ja Was machst du Tracer? Äh Willst du vielleicht von rein und von hinten gehen? Ja Du wirst von der Tracer und dem Reaper auseinandergemacht Bist du wahrscheinlich mit dem Reaper trotzdem Aber dann machst du übrigens die Tracer weg Ja, okay Und die haben ein bisschen mehr Damage Und du nervst die Hände ein bisschen Ja, der war von hinten Der der Rotor hat von hinten Muss nicht Ah, Mann ey Ich krieg die Tracer nicht, ne? Die, die... Die Diva ist das super anstrengende, ey Ja, da guckt der ein bisschen blöd Hm Gut Sehr gut Okay, okay, okay Jetzt alle mal auf die Diva rauf bitte Einmal Gut Ich hab sie Ja Tracer tot Ach, schon scheiße wenn ich früher zünd, ne? Einmal die Lucio Gut gemacht Noch einer Komm schon Mercy Du wirst mehr Das hätte auf den Tracer nicht bekommen Wenn wir alle anderen gekommen Haben sie die Tracer nicht bekommen Dann die Tracer nicht mehr Mh, Mann die Mercy, die Mercy weiß was die Ich hab die Tracer Ich hab die Tracer Bin auf dem Sport wieder Es sind alle on fire, außer ich Ich bin auf dem Feuer, das wundert mich Ich bin on fire? Das wundert mich Ey, wieso der! Der pusht jedenfalls noch gut So, ok, der Reaper ist weg. Tracer ist down. Ja. Die auch. Die vorher war scheiße. Also ich glaube, dass sie einfach gesagt haben, als sie ja, wer sich selbst teilt, dass sie bei dem Patch vergessen haben, dass Mei sich ja auch selbst heilen kann. Die nehm ich übrigens raus, dass man, wenn man Geschütztürmer abschießt, Punkte für bekommt, ne? Ja, und Tobjörn jetzt über die Zeit lang, äh, äh, Scrap-Mörder kriegt. Oh, haben die den Affen? Ja. Finde ich ein bisschen geil. Na komm, Affen. Hab den Affen. Der Affe fokuss mich, ich finde ihn ein bisschen witzig. Der Affe fokuss dich. Vorsicht, der Rope hat rumgekommen. Ja, ich komm da nicht hin. Na komm ich zurück. Ich hab ihn getroffen. Alle neue Roder-Kogels, er ist direkt da. Das ist super laut schon. Ja, er verhält sich, er verhält sich gerade. Ja, er verhält sich. Ne, mach ich nicht. Wollte grad sagen, ist eigentlich schlecht. Affen, komm. Komm, Schatzi. Ja. Geh mir doch mal einen Sprung auf, dafür dass er seine Ulte jetzt völlig umsonst castet. Achtung, warum ist der Rope immer mal cool, ne? Ah, scheiße. Wow. Ja. Okay. Okay. Komm, wir alle wieder nach oben. Sie sind da doch. Hinter uns, Mei. Mei? Ja. Tötet die Mei hinter euch. Nein. Okay. Können wir bitte den Roadtruck machen? Oh, zu viel, Alter. Patrick ist dein Einsatz. Oh, die holt dich geil. Oh, die ist die Hunde gefangen. Oh, ich ziehe schon seit Stunden. Oh, ich ziehe schon seit Stunden. Lauf mich zu weit. Warum ist Arne fast bei deren Spawn? Komm mal zurück zum Punkt, bitte. Ja. Ich bin nur im Panzergänger mit der Anheil. Ja. 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 Die haben hier auch 4-5 Holes gezogen. Sammeln. Geht nicht. Oh, ich habe jetzt mal 0. Ja, wir warten nicht. Ich habe meine auch gleich wieder. Ach, so kommen wir nicht reinlaufen. Lass uns hier alle, komm mal mit. Komm mal mit, bitte. Die Mei ist rechts. Ja, wir gehen alle rechts rein. Wir gehen alle rechts rein. Ja, dann komm. Hä? Hat ihr gesehen? Ich glaube, die haben es vercheckt. Oh, der Rolltop mit Ulf. Kann ich mal so schnell. Oh, die Mei, die Mei, die Mei. Oh, danke. Ne. Jetzt den, den ... Den Tifa. Ne, ich wollte eigentlich den Reaper sagen. Okay. Was hat er denn jetzt gemacht? Er ist für mich gezündet, aber ... Und dich immer noch mitbekommen, weil du Nice-Blocker Ja, richtig clever In Lucio! Oh komm, jetzt stirbt doch Vorsicht, wir müssen das jetzt versuchen zu halten, da kommen jetzt viele Gegner und wir sind nicht vollzählig Die Diva ist aus ihrem Tank raus und ich bin noch nicht da Hilfe an Hände! Ah komm, Fettchen Bin hier bloß nicht zu doll an, ey Hände uns die Farah Die auf der Schleppe? Hab ich! Ja, die hast auch noch einen geboren, das war ganz gut Alter, schön, ey Die andere Mail ist schlecht Dir ist schlecht? Hm Warum das? Die andere Mail ist schlecht Ach so Hab ich dann mit mir nicht schlecht? Muss ich mit mir geben, uah Mischlich Okay, die haben einen Junkkill Oh, das ist nicht gut Was soll ich klicken? Link die Tracer Link die Tracer Ja, der muss auf Affen gehen wieder Nützt ja nichts dann Ich hab den, den Yada Link die Tracer, äh, links die Tracer Komm noch vorbei Ah, die verpisse ich rechtzeitig, wenn ich rauskomme Oh Jetzt kommst du mit einer Pocket Mercy Okay, die Tracer ist zu dicht Tracer hat eine Pocket Mercy Nö, die... Okay, okay Komm nicht dran Oh, und dann muss ich nachladen, wo sie direkt vorne steht Na komm, alte Scheiße Na, pass auf Okay Ja Muss man mein Schild jetzt aufladen, langsam Weiß ich gar nicht, wo das Problem ist Die gehen alle rechts noch mal ein bisschen weg Ich hasse Tracer, das ist mein Problem Ja, die sind hier alle drin Ja, rechts Die kommen alle rechts, alle hoch Ich bin tot Ich geh jetzt auf Affe Wobei, nehm ich die Reinhard, Ult will ich gleich noch haben Achtung, äh, die ganz ohne dir Oh, der Reeper Der Reeper ist da noch rechts Jetzt kommt die Ult Mössi down Ja, sorry Sie haben keine Heiler mehr Äh... In Fetten Dumme Tracer Ich zerflug links Ja, ja Ich kontester Oh, das könnte geil kommen Geh rauch mal, Reinhard Geh rauch, den Mausgang schieben Ich führ dir das gar nicht Wie du ihn tötest und ich... So, ich wechsel jetzt auf Affe Land einfach drauf Ich darf mal Reinhard, das läuft da ganz gut Die ist jetzt tot Die ist jetzt tot Also, ich hab... Ich hab... Ich wollte eben die Ultima, aber... Nichts fertig Nichts fertig Ich hasse... Er ist schon noch Oben nach rechts Er hat sich teleportiert Oben nach rechts Pass auf Pass auf, der Road Rock hier Ich hab die Tracer Ich hab die Tracer Ich hab die Tracer Gib mir Anna Warte, der Reinhard kommt rein Der Road Rock sieht die Ult nur für mich, ey Ich geh jetzt... Jetzt geh ich um... Sie haben auf Anna gepickt, ich... Ich fick jetzt immer auf Winston Ja... Nein, 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 nein... Ne, guck mal drauf Wir können mal Funken noch Warte kurz Die sind zu weird Die sind zu weird auf dem Punkt Ja Pas schon Einmal gruppieren jetzt, ne? Ich hab meine Ultima auf der Ready Ich hab meine auch Ich hab meine auch Lass mich mit meiner reingehen Ja, ok Warte noch Auf Arne warten Mach deine zum... Zum Ulti-Countern Und los Ich spring jetzt auf die Treppe Und setz mein Schild rein Und dann geht ihr nach Meine, meine ja So, hinterher Hab ich zum Ulti-Countern So Roto kommt hinter euch hoch Roto kommt hinter euch hoch Roto kommt hinter euch hoch Hab die Healer weg? Ich bin low Er macht die Ulti hinter uns Roto kommt hinter euch hoch Roto kommt hinter euch hoch Ja Der Fett ist weg Ja Easy Game Easy Cut Halt! Ich muss noch mal ne Ulti machen Hahahaha Hat auch keiner den Mieter getrocknet Hat auch keiner den Mieter getrocknet Nö Und auch die Gülle Tracer Und auch die Gülle Tracer Roto kommt hinter euch hoch Mit dem